Hallo, ich bin die Ayla aus Dortmund. Ich war das erste Mal 2008 im Arum und ich habe es noch nie in einem Hotel erlebt, dass ich sofort beim ersten Mal wie in einer Familie aufgenommen wurde. Es war sehr heimisch, wir haben uns sehr sehr wohl gefühlt und die einen oder anderen Verbesserungsvorschläge, die wir mal hatten, die wurden schon alle behoben, die geben sich jedes Jahr, legen die noch einen drauf und warum ich immer wieder komme ist einfach, dass es hier nichts mehr zu verbessern gibt, aber sie tun es trotzdem, Jahr für Jahr und wir fühlen uns einfach unheimlich wohl von der Reinigungskraft bis hin zum Manager, ist alles top. Ja, ich bin die Anke, ich komme aus Stadtlohn in Deutschland und seit Mai letzten Jahres bin ich hier das erste Mal gewesen, bin früher in anderen Hotels gewesen in der Türkei bestimmt zehn Jahre, aber dieses Feeling, dieses traumhafte Zuhause sein hier, war am ersten Tag direkt gegeben und somit bin ich hier hängen geblieben, komme regelmäßig hin, drei bis vier Mal im Jahr, wenn es möglich ist und kann nur sagen, es ist alles traumhaft hier für mich, als Alleinreisende ein ganz großer Service auch von dem Personal, diskret mit Abstand, gerade als Alleinreisende hat man oft das Problem in der Türkei, dass man halt anders behandelt wird und dieses Feeling habe ich hier einfach gut aufgenommen zu sein. Es ist ein Personalservice, wenn man Kleinigkeiten zu bemängeln hat, die werden sofort behoben. Also wir sind nicht das erste Mal, aber auch nicht das letzte Mal da. Genau. Einmal Arum. Immer Arum.